Schritte Plus kommt ganz neu raus. Für Ihren Unterricht Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache. Selbstverständlich können Sie sich zu 100% auf die bewährte Schritte-Konzeption verlassen. Sie unterrichten weiterhin nach dem vielfach erprobten Konzept mit gewohnter Progression und vielfältigen Zusatzmaterialien. Schritte Plus Neu bietet Ihnen darüber hinaus komplett neue Inhalte und zahlreiche Innovationen für einen spannenden Unterricht. Neue Foto-Hörgeschichten mit begleitenden Videos, authentische berufsbezogene Lerneinheiten, differenzierte Angebote für heterogene Kurse und abwechslungsreiche Übungsformen. Verpackt in einem modernen und übersichtlichen Layout. Übrigens, die begleitenden Filme und Audio-Tracks sind für Sie und Ihre Lernenden kostenlos über Huber.de oder direkt über unsere App abrufbar. Freuen Sie sich auf Schritte Plus Neu mit 100% bewährtem Konzept und 100% innovativen Ideen für 100% spannenden Unterricht.